Vantage Digital präsentiert Ihnen die folgende Sendung. VT1 – Fernsehen auf höchstem Niveau Es geht auch heute wieder um viel Wissen hier bei Dr.Disch TV und besonders viel Wissen steckt in diesem Kopf drin. Okay, wenn du es sagst. Ja, und Frauen können das besser beurteilen. Also nimm das Lob an. Ich möchte kein Geld heute dafür. Kein Geld. Okay, dann nehme ich es an. Wir haben wieder ganz viele tolle Fragen von Ihnen bekommen. Bist du bereit? Ich bin bereit. Ich habe noch eine kurze Bemerkung. Dies sage ich jedes Mal. Fragen bitte kurz halten. Das mache ich heute auch ganz kurz. Wir können anfangen. Okay, dann versuche ich mal ganz kurz vorzulesen. Also Alexander K. braucht eine Kaufentscheidung. Ich möchte mir einen neuen SAT-Receiver kaufen. Zwei stehen für mich zur Auswahl. Dreambox, 7020 HD oder VU Plus Solo 2. Ein Boxenkampf dieser Boxen wäre toll. Welche Box würden Sie mir empfehlen? Boxenkampf für alle Zuschauer, die es nicht wissen? Das ist ein Format, das wir haben. Zwei Boxen kämpfen gegeneinander in einem virtuellen Boxring. Ich glaube, fünf Kriterien gibt es. Die müssen die erfüllen. Wer es nicht erfüllt, fliegt halt raus. Das hat den Boxenkampf verloren. Nicht ganz ernst zu nehmen, aber die Menschen mögen es anscheinend. Okay, jetzt muss ich aber erst mal fragen. In der Regie, der Rudi sitzt nämlich da hinten. Ist das machbar? Die zwei? Die Daumen gehen beide hoch. Das heißt, ein Gerät haben wir schon, das andere besorgen uns noch. Also zurück zur Kaufempfehlung. Tue ich nicht gerne. Denn jeder hat so seinen eigenen Geschmack. Und auch von mir kann es nur subjektiv sein. Ich gebe dem VU Plus den Vorrang. Ganz einfach. Er ist neuer im Markt. Er ist mehr up to date und er ist leichter zu bedienen. Andere mögen anderer Meinung sein. Zuschauer Wilfried Gerken, der braucht anscheinend eine Antenne. Denn er schreibt, für den SDR-Empfang mit einem DAB-Stick schlugen sie eine aktive Breitbandantenne vor. In der Grafik war eine Ringantenne von Ticom zu sehen. Welches Modell und Fabrikat hat das beste Preis-Leistungs-Verhältnis? Und kann es sein, dass es eine Revision 1 mit einem FC0013-Tuner gibt? Von hinten angefangen, die gibt es. Und zwar, das sind die Tuner, die im Terratec-Stick verbaut sind. Sind nicht ganz so gut wie der von NoElec. Wir bevorzugen NoElec, weil der Frequenzbereich etwas größer ist. Nämlich rund 26,5 MHz bis rund 1700, 1800 MHz. Und wichtig, er hat rund um 1000 MHz kein Loch drin. Das haben nämlich die anderen. Und dadurch kann man die Flugzeugdaten auf 1090 nicht hören. Und das will ich zum Beispiel. Andere wahrscheinlich wieder nicht. So, zur Antenne. Die Antenne, die wir dargestellt haben, das war an und für sich nur ein Beispiel. Eine gute, aktive Breitbandantenne. Die haben wir auch bei Ticom.de gefunden. Ich habe sie vor Jahren dort mal für rund, glaube ich, 80 Euro gekauft. Die heißt der Multiscan MK2. Sieht aus wie eine Neonröhre. Ein Meter lang, hat eine recht gute Verstärkung und ist eben breitbandig genug. Mann, Frau und ich als Frau freue mich immer sehr, dass Frauen schreiben. Du auch? Ja, sofern sie es können. Unverschämte. Da lacht sogar die Regie. Also auf jeden Fall eine Schneider, die kann schreiben. Sie fragt, in ihrer letzten Sendung haben Sie einen sehr guten Vierfach-LMB vorgestellt. Jetzt Contenance. So, man konnte die Bezeichnung leider nicht ganz genau verstehen. Kannst du mal das Grinsen da wegmachen? Es war von Hamer Lipsi die Rede. Lipsi ist ja süß. Da gibt es aber mehrere verschiedene Typen. Meinten Sie den älteren Lipsi, den Lipsi SE oder Lipsi 3D? Hört sich auch wie so ein Tanz, oder? Ja, Lipsi war in der, gab es mal die DDR, glaube ich, da wollte die DDR-Regierung dem Rock'n'Roll was entgegensetzen. Das war ja Gift für die jungen Leute. Und dann hat man irgendwelche staatlichen Komponisten beauftragt, einen Tanz zu kreieren. Der hieß dann Lipsi. Alle haben sich vor Lachen in die Hose gemacht. Das war das erste Mal das Zeug hörte. Fürchterlich, ganz einfach. Na gut. Lipsi LMB. Empfehlen würde ich da wirklich den 3D-LMB. Er ist zwar mit rund 80 Euro sehr teuer, ist allerdings auch von hoher Qualität und es liegen die wirklich echten Messdaten bei. Also Lipsi 3D. Unser lieber Zuschauer Sascha hat ein Aufzeichnungsproblem. Etwas längere E-Mail. Nach dem eingehenden Studium der technischen Daten habe ich mir als Einstieg in die HD-Welt den Skymaster XHD 210 gekauft, da dieser laut der Werbung für PVR mittels eines Upgrades tauglich sein soll. An und für sich habe ich an dem Gerät nichts auszusetzen. Da mich die Möglichkeit des Aufzeichnens nun zunehmend reizt, habe ich beim Skymaster Support angefragt, wie ich denn dies freischalten könne. Die Antwort war enttäuschend. Leider besteht keine Möglichkeit, dem XHD 210 eine Aufnahmefunktion anzuerziehen, steht hier. Nur meine Frage, gibt es einen inoffiziellen Weg, an die versprochene Funktionalität ranzukommen? Also wieder von hinten angefangen, ich habe nichts gefunden, also gar nichts gefunden. Auch mit der Werbung ist das bei denen so eine Sache. Sie haben wahrscheinlich noch diesen Spruch gehabt, dass Sie daraus ein PVA und PVR machen können, das heißt aufzeichnen können, gegen Mehrpreis natürlich öffnet man Ihnen den USB-Port. Das fehlt inzwischen bei denen in der Anzeige, da wird der USB-Port nur noch als Service-Port bezeichnet. Wenn Sie die alte Werbung noch haben und es funktioniert nicht, können Sie endlich das Ding zurückschicken, denn Sie haben es ja unter falschen Voraussetzungen gekauft, das ganze Ding. Sie sollten beim Neukauf darauf achten, dass ein Receiver von Haus aus Aufzeichnungen machen kann und nicht durch irgendwelche optionalen Dinge, das dann erst mal passiert. Das ist pure Geldschneiderei. Achten Sie bitte darauf. Wie gesagt, sonst kann ich Ihnen leider nicht weiterhelfen. In Heino Blümels E-Mail, da stecken so ein paar kritische Worte drin, aber er sucht auf jeden Fall eine gute Webbox. Zurzeit kommen doch so niedliche quadratische Boxen auf den Markt, die einem neben DVBS-Empfang auch gleich noch Smart-Funktionen mittels Android-Betriebssystem bescheren sollten. Gibt es von Comac, Zorro, Pearl, Dion und so weiter? Scheint vom Prinzip her auch immer der gleiche China-Kracher zu sein, steht hier. Taugt das auch von der Bedienung her wirklich was zum tagtäglichen Fernsehen und kann einen richtigen Receiver ersetzen? Oder ist das eher was für Spielkinder und Technik-Nerds, denen es nichts ausmacht, wenn sich das Gerät das eine oder andere Mal aufhängt? Naja, da sollte man die Geräte schon vorher ausprobieren. Irgendwie schafft man das immer, dass man sie zurückgeben kann beim Fachhändler, beim Online-Händler, was auch immer. Da haben Sie ja das Recht, was zurückzugeben. Auf jeden Fall vorher ausprobieren. Es gibt viele, die sind gefüllt mit allen möglichen sinnlosen Apps, die kein Mensch brauchen kann und sie verlieren den Durchblick. Es gibt Boxen mit eingebauten Tuner, zum Beispiel der Vantage. Da ist die typische Vantage-Box oder der Sat-Tuner mit eingebaut. Und es gibt sie ohne, wieder die Video-Web-TV-Box, die wahrscheinlich von den Apps her die ordentlichste ist. Also da hat man an und für sich den besten Überblick. Aber wie gesagt, ausprobieren und eventuell zurückgehen. Jetzt geht es ab nach Zwickau zu unserem lieben Zuschauer Thorsten Otto. Und er schreibt, ich interessiere mich für den VU-Plus Duo 2 Receiver mit folgenden Fragen. Wir haben in unserem Wohnhaus eine Unicable-Anlage installiert. Ich habe zwei Frequenzen vom Vermieter bekommen. Ist dieser Receiver Unicable fähig? Ich habe nur ein Antennenkabel, über das beide Frequenzen laufen. Kann man die zweite Frequenz durchschleifen? Ja, von hinten angefangen. Man kann sie durchschleifen. Und zum Kern der Frage, Unicable-tauglich ist der VU-Plus Duo 2. Sie können auch die Frequenzen frei wählen, die Sie jetzt bekommen haben vom Eigner des Hauses. Die können Sie eingeben. Dietmar Seller scheint ein Feedhunter zu sein. Denn er fragt, nachdem die öffentlich-rechtlichen Sender sich inhaltlich immer mehr den Privaten anpassen und die Nachrichten eher Hofberichterstattung sind, habe ich mich vor einigen Jahren entschlossen, mir meine eigenen Nachrichten zu besorgen. Eben Feedhunting. Sporadisch findet man selbst etwas, doch oft ist man auf Meldungen Dritter im Internet angewiesen und diese Meldungen können nicht immer aktuell sein. Wie kann ich mir schnell ein Bild zur aktuellen Belegung eines Satelliten machen? Zufällig haben wir das gerade entdeckt, weil wir irgendwas getestet haben. Und zwar das Programm Crazy Scan. Das gibt es kostenlos im Internet. Sie brauchen allerdings noch eine USB-Box für den Satellitenempfang. Wir haben dazu benutzt den TBS 5925. Da hat es eigentlich ganz gut getan. So, Sie starten dieses Programm auf einem bestimmten Satelliten, machen ein Scan. Was haben Sie nach ein paar Sekunden? Die vertikale und horizontale Belegung als Spektrum. Jetzt können Sie ein Signal zum Beispiel oben an der Spitze anklicken. Kriegen Sie sofort die relevanten Daten, die Grunddaten. Erstmal machen Sie einen Doppelklick. Erscheint ein Analysefenster mit allen Daten, die Sie überhaupt brauchen. Wenn Sie jetzt merken, das ist ein Signal, das habe ich noch nicht gesehen, zum Beispiel auf 22 Grad West, wo es weniger Signale gibt, dann können Sie den TBS Viewer zum Beispiel bei dieser kleinen Box nehmen und können sich dann das entsprechende Video dazu ansehen. Jetzt haben wir eine länderübergreifende Frage, die ich sehr interessant finde. Ich bin auf deine Antwort gespannt, nämlich von Georg Stern. Er schreibt, nach über 20 Jahren USA habe ich mich an das dortige Fernsehen gewöhnt und möchte gerne wissen, wie ich darauf von Europa aus zugreifen kann. Via Satellit gibt es nichts und so bleibt das Internet. Es gibt zwar kommerzielle Anbieter für das Streaming, doch die sind sehr teuer und die Qualität ist miserabel. Kann ich von meinem PC aus auf meinen Receiver in den USA irgendwie zugreifen? Geht. Und jetzt wird in der Regie jemand ganz, ganz wach. Wie heißt er jetzt nochmal, der Zuschauer? Georg Stern. Der Herr Georg Stern. Gut, Herr Georg Stern, den Tipp, den ich Ihnen jetzt gebe, dann machen Sie bitte Folgendes. Kaufen Sie zwei Slingboxen solo. Zwei gleich, weil unser Udi Lotharbauer hier in der Regie möchte nämlich auch eine haben. Die Slingbox, die installieren Sie zu Hause in den USA. Ich hoffe, Sie haben noch eine Wohnung. Wenn Sie eine Satellanlage haben, haben Sie wahrscheinlich auch eine Wohnung. Die Satellanlage schließen an den Receiver das ganze Ding an und auf der anderen Seite in Deutschland installieren Sie den Viewer in Ihrem PC. Was Sie nämlich jetzt machen können, vorausgesetzt die Anbindung im Internet sind gut auf beiden Seiten, das ist schon wichtig. Sie können jetzt den Satellitenreceiver in den USA von hier aus steuern. Sie können sogar weitergehen. Sollten Sie noch eine etwas ältere Drehanlage haben, USA ja noch weit verbreitet, dann können Sie die ganze Antenne auch noch drehen. Das heißt, Sie benutzen praktisch komplett Ihren Receiver in den USA hier und auf dem PC sehen Sie natürlich dann das entsprechende Fernsehprogramm. Sie können natürlich dann noch eins machen, indem Sie das Ganze noch entweder mit dem Fernseher, mit dem Flachbildschirm verbinden, oder aber Sie haben einen entsprechenden Browser im Fernseher drin, dann können Sie es da auch drüber laufen lassen. Unsere nächste Mail stammt von Dietmar Sohns, der vermisst ein paar Sender. Ich besitze seit vergangenem Dezember einen Player der Firma LG mit DVBS-Empfang. Leider kann dieses Gerät nicht alle Frequenzen einlesen, so zum Beispiel MDR, HR und 3SAT. Diesen Player hatte ich schon zur Reparatur geschickt, aber leider ohne Erfolg. Dumm, oder? Wahrscheinlich ist die Frequenzliste nicht ganz korrekt, die da drin ist, veraltet oder gar nicht richtig aufgefüllt. Die Rettung ist da. Gehen Sie entweder zur Homepage astra.de oder zur Homepage lynxat.com. Öffnen Sie da bei lynxat zum Beispiel jetzt den Astra-Satelliten auf 19,2 Grad Ost und entnehmen die Daten, die Sie haben müssen. Denn Sie müssen jetzt einst um diese Daten manuell eingeben. Das ist ein bisschen Arbeit, hilft aber nichts. Haben Sie alle Daten brav manuell eingegeben, machen Sie nochmal einen manuellen Suchlauf und dann stimmt auch Ihre Senderliste wieder. Wieder ein Herr, nämlich Gerd Neuhauser, fragt, von einem Ablinker erwarbe ich einen alten, jedoch unbeschädigten Parabolspiegel mit einem Durchmesser von 2,80 Meter. Nun fehlen allerdings die Fietstangen, die kann ich aber selber anfertigen. Allerdings müsste ich dazu den Brennpunktabstand ermitteln. Gibt es dafür eine Formel? Mhm, da gibt es eine Formel, die ist ganz einfach. Also F ist der Brennpunktabstand, ist Radius hoch 2 geteilt 4 mal D. Jetzt übersetze ich das Ganze nochmal ein bisschen. Sie sehen auch die Formel eingeblendet. F ist der Brennpunktabstand, R steht für Radius der Antenne, also die Hälfte halt dann, hoch 2 und das Ganze dann geteilt durch 4 mal D. Das bedeutet, D ist die Tiefe der Antenne und die Tiefe ermitteln Sie mit einer Stange, die Sie drüberlegen über Ihre Antenne. In der Mitte messen Sie, passen Sie auf, dass Sie nicht durchhängen, da messen Sie die Tiefe der Antenne. Da haben Sie all diese Daten, dann haben Sie auch innerhalb von ein paar Minuten den richtigen Brennpunktabstand. Wir sind ja sehr multilingual hier bei DrDischTV. Christian kann zum Beispiel auch holländisch und ich danke dir, dass du mir diese Frage übersetzt hast. Schade. Die kommt aus den Niederlanden. Ich hätte es nicht hingekriegt, glaubt mir. Es wäre ein Brüller gewesen. Gerrit Steenweig, richtig, schreibt in Ihrem Film über den Breitbandempfänger. Für 20 Euro wurden drei Sticks genannt. Welcher dieser Sticks hat den größten Frequenzbereich und ist die Software auf Ihrer Homepage für alle drei zu gebrauchen? Das eine habe ich vorhin schon genannt, also in dem Fall den NoElect. Langsam müssen die mich bezahlen dafür. Nein, das ist wirklich der Beste. Vor allen Dingen habe ich auch noch einen Kurzwillen-Konverter dabei. Den bringen wir dann irgendwie in einem Monat im DrDisch Magazin, glaube ich. Gut, die Software ist nicht gleich. Unsere Software, die Sie auf der Homepage gefunden haben, die gilt nur für den Noxen-Stick oder Terratec-Stick, nicht aber für den NoElect. Da gehen Sie bitte zu noelec.com, wählen da das Produkt aus und dort klicken Sie bitte dann Download an und da finden Sie die entsprechende Software. Wieder ein Herr mit einer Frage, und zwar diesmal der Frederik Salomon. Der hat ein Astra-Problem. Hören wir uns das mal an. Von meinem Schwiegervater habe ich das Haus und eine riesengroße 3,3 Meter SAT-Antenne genommen. Hast du nicht, der Schwiegervater? Ja, nicht, oder? Also geht noch weiter. Die von einem Aegis-Rotor gesteuert wird. Und die Tochter. Die hat er auch gekriegt. Genau, die hat er auch gekriegt. Aber erst die Tochter, hoffe ich. Egal. Jedenfalls die Exotenjagd macht mir wirklich Spaß. Doch manchmal möchte ich nur fernsehen und das auf dem Astra-Satelliten. Während ich auch auf den schwächsten Satelliten einen guten Empfang habe, gibt es bei Astra fast nur Schwarzbilder. Trotz aktueller Senderliste. Welchen Fehler mache ich? Ja, gar nicht. Seine Antenne, das heißt, sein Receiver macht einen Fehler. Die AGC, die Automatic Gain Control des Receivers, ist hoffnungslos überfordert bei dieser großen Antenne mit der entsprechenden Verstärkung. So was können Sie jetzt eigentlich tun. Entweder, weil Sie einen Aegis-Rotor haben, fahren Sie so ein bisschen rauf, runter, links oder rechts. Dann kommt das Bild zurück. Sie können auch ein nasses Handtuch über den LMB werfen. Das klappt in der Regel nicht so gut. Oder Sie kaufen sich so einen kleinen Abschwächer. Den speisen Sie ein zwischen dem Antenneneingang am Receiver und dem Coax-Kabel. Da können Sie dann das Signal runter regeln. Nicht sehr praktisch. Noch besser wäre allerdings, Sie kaufen sich für wenig Geld eine kleine 60 cm Antenne, kleben die irgendwo hin. Und damit gucken Sie dann über den zweiten Eingang an. Wir von Dr. Disch sind ja dafür bekannt, dass wir auch kritische E-Mails vorlesen. Haben wir auch manchmal. Naja, doch, nicht immer. Doch, du bist ja so ehrlich und liest dann die auch vor und beantwortest die. Jetzt habe ich eine von einer Lady. Den Namen lassen wir mal im Dunkeln. Ihren Sender finde ich eine Zumutung. Ja, sogar eine Gefahr. Oh mein Gott, ich kriege Angst. Also, mein geschiedener Mann hat sehr viel mit Elektronik gebastelt und baute viele Antennen in unserem Garten auf. Eines Tages zeigte er mir in einem Programm auf dem PC die Satelliten, die uns beobachten. Und sagte, er könne sie nicht nur beobachten, sondern auch steuern. Das hat er auf ihrem Sender gelernt. Und seit der Trennung, oh, die haben sich getrennt, das ist natürlich so ein Ding, taue ich mich nicht mehr im Garten zu liegen, da ich weiß, dass er einen Kontrollsatelliten bei uns platziert hat. Big Brother, der mich sieht. In stillen Abendstunden kann ich sogar ein Zirken oder Summen hören. Ich habe bereits die Gendarmerie benachrichtigt und man wird auch sie zur Verantwortung ziehen. Meint ihr das jetzt ernst? Soll ich schon mal gehen? Besser? Also, kann reinlassen jetzt immer. Also mir tut das wirklich aufrichtig leid. Ich kann mich nur erinnern, wenn es Ihr Mann dann war, der kam hier mal her und wollte, wir hatten ja diese kleinen Mikrosatelliten entwickelt, wollte einen dafür haben, für ein wissenschaftliches Projekt, und zwar das Wanderverhalten der Wolperdinger, wollte er erforschen. Das ging halt nur über Satelliten runtergucken. Wir hatten nur die zwei, einen haben wir noch hier, das ist unser eigener. Das Ding ist verdammt kurzsichtig, sage ich Ihnen gleich, von Ihnen ist nicht allzu viel zu sehen. Wir wollten ihn zurückhaben von Ihrem Mann, aber er hat dann das Tracking verloren von dem Ding. Wir haben es inzwischen zurückgefunden, das Tracking. Wir haben jetzt, also Ihr Mann hat wirklich keine Kontrolle mehr darüber, wir haben das Tracking übergeben an die Amerikaner, an die National Security Agency. Die schiebt das Ding jetzt über Molvanien, weil da sind ein paar Leute mit Terrorverdacht, die man genau beobachten will. Und jetzt ist Ruhe. Ich hoffe, dass Sie da kein Problem mehr mit haben. Das war es heute. Hoffe ich auch. Hast du noch mehr von der Sorte? Ne, ich brauche jetzt erstmal eine Pause. Okay. Nach dieser letzten E-Mail, mir ist ganz warm geworden. Aber ich hoffe, dass Sie noch weitere technische Fragen haben. Schollen Sie sich nicht, egal was, am besten kurz und knackig. Auf unserer Internetseite www.drdisch-tv. Dr.disch-tv, das ist die Hitze, es tut mir total leid. Ich kann nur nicht mehr denken. Wir haben es halt, ne? Was trinkst du? Das verrate ich dir jetzt besser nicht. Okay, sag schnell Tschau und dann... Mittagszeit, also gut. Achso. Facebook, besuchen Sie uns auf Facebook, aber hinterlassen Sie Ihre technischen Fragen bitte nicht dort. Dafür haben wir die Homepage, da haben wir ein Formular, da können Sie es einfüllen. Und zum anderen, denken Sie an unsere Newsletter, wenn Sie aktuell informiert werden wollen, was in der Medienwelt so um sich geht, vor sich geht und etwas mehr über uns und unsere Programme wissen wollen, kostenlos über die Homepage den Newsletter bestellen. Ja, komm. Das war es von uns, oder? Wir wünschen Ihnen was, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Komm, komm. Vantage Digital präsentierte Ihnen die Sendung VT1, Fernsehen auf höchstem Niveau.